Das hier ist jetzt eine Familienkabine. Was ich jetzt sagen möchte, ist, dass es keine separaten Schlafräume in unseren Familienkabinen gibt, wo man wirklich eine Tür zumachen kann. Das Einzige, wo man eine Tür schließen kann, ist in der Diamants-Suite. Die seht ihr gleich noch. Ansonsten sind es immer diese optischen Abkränkungen. Man kann es nicht verkaufen wie das separate Schlafzimmer im Hotel. Das ist auch noch ein Bett, was dann nach unten käme. Das heißt, theoretisch können hier fünf Personen schlafen. Zwei hier, zwei hier. Das ist jetzt für eine Viererbelegung gebucht, deshalb ist es so bezogen. Es ist auch so, dass wir das nur auf Wunsch der Gäste so lassen. Wenn die das nur abends bezogen haben möchten und tagsüber eingeklappt, können die das tagsüber auch als Couch benutzen. Das machen wir dann immer davon abhängig, wie die Gäste das machen.